Ja, wer denn wohl? Also du? Ja, du hast es dir selbst eingebrockt, alter Junge. Wenn du uns die Piepen umgehend zurückerstattest, dann lassen wir dich in Ruhe. Auf deinem Schloss. Und andernfalls... Du vergisst nicht, dass drüben die meisten auf mich hören, wenn ich wieder da bin. Ich rate dir ab, die Staaten zu betreten, bevor du uns ausgezahlt hast. Na, das ist ja klar, verstanden. Und unser großes Geschäft... Machen wir allein. Jim, Jim, du kannst mich doch nicht suchen. Jim, verdammt nochmal. Er ist ja klar, verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.